Mein Name ist Michael Höller und ich bin der Leiter der PHI Finance. Es gibt viele Leute, die würden jetzt wahrscheinlich für mich antworten, dass es die Teamarbeit und die Zusammenarbeit ist. Und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht an meinem Job, nämlich die Zusammenarbeit mit den Kollegen hier im Haus und natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Kunden, mit dem ich ja versuche, sein Ziel gemeinsam zu erreichen. Das Beste an meinem Beruf ist für mich, die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu koordinieren. Auf der einen Seite sind die Banken, die Sparkassen und so weiter, auf der anderen Seite der Kunde. Manchmal hat man noch mit Ämtern zu tun und muss Genehmigungen einholen und all das zu koordinieren, unter einen Hut zu bringen und am Ende den Wunsch des Kunden zu erfüllen. Das ist die größte Herausforderung. Das Besondere an PHI Finance ist für mich die All-in-One-Lösung, die wir hier anbieten. Das bedeutet einerseits natürlich Kauf und Verkauf einer Immobilie, aber dazu kommt noch die Begutachtung zum Beispiel und natürlich die Finanzierungsberatung, die aus meiner Hand kommt. Und das Ganze bietet dem Kunden einen sehr hohen Komfort und durch kurze Wege auch eine sehr hohe Geschwindigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017